Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, alle Leute, heute machen wir einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch die neue Rangierlokomotive von Märklin, Artikelnummer 37689, mit allen Funktionen oder mit den wichtigsten. Danach machen wir eine Rangierverschiebung mit Drei-Personen-Wagen auf unserem Kopfbahnhof und als letztes machen wir eine Überfuhr von drei Postwagen zur nächsten Station. Viel Spaß damit, Like und Aber nicht vergessen. Ciao! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aus Gleis 4 mit 300 Metern Umsätzen auf Gleis 7. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.